Finaltag des JTFO Volleyballturniers. Berlin ist fast überall dabei. Mit Ausnahme der jüngeren Mädchen haben sich alle Teams des Schul- und Leistungssportzentrums Berlin bis in die Endspiele geschmettert. In der Wettkampfklasse 3 bis 15 Jahre müssen sich die Elite-Sportschüler in einem packenden Dreisatzkrimi allerdings dem Karl-Humann-Gymnasium aus Essen geschlagen geben. Bei den älteren Jungs bis 17 Jahre hat das JTFO-Finale SLZ Berlin gegen das Ignaz-Teschner-Gymnasium aus Dachau besondere Brisanz. Erst im April standen sich die meisten Spieler mit ihren Vereinen im Finale der deutschen U18-Meisterschaft gegenüber, mit dem besseren Ende für die Bayern. Und auch in der JTFO-Vorrunde gewannen die Süddeutschen. Kein Wunder, dass die Berliner doppelt heiß sind auf eine Revanche. Teamleader Eric Röhrs weiß, wie es damit klappen könnte. Es wird auf jeden Fall darauf ankommen, dass wir die Annahme stabil halten, dass wir auf jeden Fall im Block sehr gut und schnell arbeiten und schnell die Hände übers Netz bekommen, weil die sind wirklich sehr, sehr hoch im Angriff. Und ja, eigentlich wird es über die kämpferische Leistung, denke ich mal, von uns hinauslaufen. Die Berlinerinnen bekommen es mit einem starken Team vom Pascal-Gymnasium Münster zu tun. Auch hier sind die Gäste leichter Favorit. Erik Röhrs und seine Jungs können derweil den ersten Satz für sich entscheiden, müssen den zweiten aber abgeben. Nach dem JTFO-Modus bedeutet das Tie-Break bis 15 Punkte. Und diesmal haben die Berliner die besseren Nerven, gewinnen den Entscheidungssatz mit 15 zu 12 und damit das Spiel und das Turnier. Also es ist so unglaublich, so oft von denen, ich sag mal, auf die Presse bekommen und jetzt einfach gegen die zu gewinnen. Unbeschreiblich, es fühlt sich so schön an. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Auch die Mädchen müssen in die Verlängerung, in der sich letztlich die Münsteranerinnen durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch!